Hannahs Airpods wurden geklaut. Meine Airpods befinden sich jetzt in Köln. Das hast du von dir hin. Konfrontierenden Dieb. 5 Minuten von hier! Ich wurde schon vor zwei Wochen mit fast 40 zu viel geblitzt. Hey, das ist in der Bahn vielleicht. Eigentlich müsste jemand in die 18 einsteigen von uns. Da kommen die ja Leute. Es kann auch sein, dass sie im Auto ist. Was sollen wir? Ja stimmt, die 18 fährt Weißhochstraße. Dann ist sie in der 18. Eine Person ist in der 18 auf Straßenbahn. Ich spüle so einen Ton ab, das ist Pieps. Wir sind wirklich so kurz davor. 1 Minute. Hä, warum ist sie jetzt wieder zurück oder was? Hier ist sie umgestiegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, sie sind da! Sie sind da! Oh, ist hier das Auto da vorne? Hä? Ist das das Auto? Oh mein Gott, ich habe da noch angehört. Es ist das schwarze Auto! Es ist das Auto! Wie fand der jetzt noch? Ist notiert! Ähm... Habt ihr die für die Airpods dabei? Weil meine Airpods wurden gestohlen und die wurden in diesem Auto angezeigt. Wir kommen gerade für 7 oder 5 Liter an. Und was ist denn das andere Auto? Wenn wir hier drauf verflogen haben, wir sind ja praktisch am Hauptbahnhof eingestiegen und die wurden über dem Barbarotterplan. Und die wurden da voll in der Suche. Danke! 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 Danke!